Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Wing Chun und jetzt drehen wir eine kleine Video-Serie zu einer Biuchi-Bewegung und auch zur sechsten Jump Geuchi-Sau-Sektion und zu einer Bewegung aus der Sinem Tau und zwar Faxau bzw. Biufaxau und da wollen wir euch heute mal näher bringen, wie man quasi von einer Formenbewegung zu einer Handtechnik kommt, die man mit dem Partner trainieren kann, wie man das in Chisau übersetzt, wie man das in Latzau übersetzt und wie man dann vom Latzau über zu Hongkong Latzau bzw. Anwendung geht. Und dann schließlich bei Messeranwendung rauskommt, denn ihr müsst ja wissen, das wird auch für dich neu sein, Marc, du trainierst ja erst so kurz hier, Wing Chun ist ein Messersystem, das ist ein Waffensystem und da sagen Leute immer so, hä, das ist ein Messersystem, das ist doch eine waffenlose Selbstverteidigung oder das ist eine Selbstverteidigung oder eine Kampfkunst. Erst aber ein Messersystem, weil ihr werdet sehen, gerade an dem Beispiel, was ich jetzt mache, dass man viele Bewegungen im Wing Chun immer überführen kann in Messerbewegungen. Nichts umsonst sind die Doppelmesser eines der wesentlichen Trainingsinhalte im Wing Chun. So, was wollen wir uns angucken und zwar, Marc, darf ich mal kurz bitten, danke, ja, sehr schön, so. Also wir sind in Satz 10 der Beauty und in Satz 10 der Beauty gibt es folgende Bewegungssequenz, dass ich 1, 2, 3 mache in der Beauty oder Beauty. Ja, und ich habe diese 3 Bewegungen hier am Anfang, ja. So, ich will das mal ganz kurz erläutern und zwar, es gibt immer den, oder wir haben immer den Wunsch mit den Gegner zu schlagen. Welche Überraschung, ne? Also ich will den Gegner richtig eins reinwirken und häufig denken viele Leute, die Faust ist die Hauptwaffe im Wing Chun und ich mache Kettenfauststöße, ne? Also so, ich stehe hier und ich schlage und mache dann zum Beispiel im Training, schlage ich Kettenfauststöße oder mache so Kettenfauststossgewitter vorm Gesicht des Gegners in der falschen Distanz, ne? So, die Faust ist aber, Überraschung, eine echt saublöde Waffe, weil sie mir nicht die Möglichkeit gibt, danach zu greifen und den Gegner zum Beispiel über Griffe zu sichern. Besser wäre es ja, die Hand wäre offen. Na, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich mit der Faust schlage, ne, dann bin ich quasi, ist einerseits die Hand geschlossen und ich nagel dem gegen das Kinn, gegen den Hals, gegen die Wange. Und wenn ich jetzt einen Griff machen will, muss ich erstmal die Hand aufklappen, um wieder zu greifen oder wenn ich hier auf der Seite greifen will, müsste ich quasi schlagen, der bewegt sich weg. Und wie soll ich den jetzt greifen? So, und dementsprechend seht ihr später, wenn ihr aus den Zirnendem Tao und Chamkyo Sachen ein bisschen raustrainiert, dass die Hände häufig offen gehalten werden und ich ganz viel mit Handkanten arbeite oder mit Schnittbewegung. So, und eine der Schnittbewegungen, die ihr halt habt, ist Faxau, ne, also dass ich eine Schwenkbewegung mache und mache sozusagen auf einer Ebene oder ansteigend eine Öffnungsbewegung im Ellbogengelenk. Und diese Schwenkbewegung, die nennt man Faxau, also das ist Faxau, 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 alles Faxau, ne, also diese hackende Bewegung, also wie wenn ihr euch vorstellt, ich hacke irgendwas, was hier auf dem Brett liegt, wenn ich in der Küche stehe, ne, das ist Faxau. Dann haben wir eine weitere Bewegung und diese Bewegung ist ein Stich, ein Stich, den ihr aus Satz 4, der es hier in dem Tao kennt, Biucesau, der Biucesau, stoßende Finger, ne, wo ich sozusagen entlang einer Linie zum Auge beispielsweise des Gegners steche. Ist die Hand wieder offen und die Waffe sind diesmal die Finger, mit denen ich steche. Total beschränkte Waffe, denn ich kann im Prinzip nur zwei Ziele angreifen am ganzen Körper. Ich meine, wo soll ich hinstechen? Hier auf den Brustkorb garantiert nicht, sondern ich kann im Prinzip in die Augen stechen oder ich kann hier auf die Luftröhre, also auf den Hals im Prinzip ein Finger stechen. Genau hier in die Halsgrube rein, müsst ihr mal richtig schön tief reindrücken, dann merkt ihr, ihr kriegt einen Hustenreflex. Das sind eigentlich die zwei Orte, wo ich einen horizontalen Fingerstich machen kann. So und jetzt verheirate ich Faxau, die Schwenkbewegung, mit Biucesau, dem Fingerstich und komme zu einer Schnittbewegung. Und diese Schnittbewegung, keine Ahnung wie die heißt, nennen wir hier, weil wir da Bock drauf haben, Biufaxau. Also sozusagen die Schnittbewegung. Ich öffne den Ellbogen, gehe aber nicht frontal auf das Ziel, sondern ich schneide. Das bedeutet, ich gehe sozusagen mit dem Handgelenk nach vorne, schneide aber über den Hals. Und diese Bewegung nennt man Biufaxau, jedenfalls bei uns. Ihr nennt das vielleicht Biucesau auch noch. Ist aber ein Unterschied. Biucesau ist wirklich eine gerade Stoßbewegung. Faxau ist eine Schwenkbewegung aus dem Ellbogen. Und das Ding dazwischen, wo ich sozusagen schneidend vorbeigehe, das ist halt nun mal nicht Stoßende Finger, sondern es ist eine Schnittbewegung. Okay, so und jetzt zeige ich euch, wie das mit einem Messer aussieht, dass ihr dann eben seht, ah ja, okay, das sind echt Messerbewegungen. So, ich habe hier zwei Messer, zwei Übungsmesser, stumpf und auch nicht spitz. Und wenn ich jetzt diese drei Bewegungen Faxau, Biucesau und Biufaxau verdeutliche mit dem Messer, seht ihr sofort, die waffenlosen Bewegungen sind ganz klar auch Waffenbewegungen. Also wenn ich Faxau mache und ich nehme jetzt das Messer, ist sozusagen diese Hackbewegung, ist ganz klar eine Messerbewegung, wo ich durch etwas durchhacke. Also Faxau kann ich genauso gut auch mit dem Messer ausführen. Biucesau, der Fingerstich, drehe ich mal ganz kurz, Biucesau, der Fingerstich, kann ich genau auch mit dem Messer ausführen. Ich steche sozusagen entlang einer geraden Linie durch den Gegner durch. Also kann ich genauso auch mit dem Messer ausführen. So, und Biufaxau wird eben geschnitten. Das heißt, ich gehe nicht frontal durch den Hals, sondern ich gehe mit der Klinge schneidend durch den Hals. Das bedeutet, ich schiebe die nach vorne und wenn ihr jetzt in der Kamera guckt, ich bin jetzt mal mittig auf der Holzpuppe, ich beginne auf der rechten Körperseite und jetzt seht ihr sozusagen hier, hier ist die Mitte, schneide ich, schneide ich durch die Körperachse durch und gehe quasi diagonal nach vorne. Und das ganze Ding nennt man Biufaxau. Und diese zwei Bewegungen, Biufaxau und Faxau kann ich verbinden und kann damit echt schlimme Sachen machen. Und was ich damit machen kann, das will ich jetzt mal zeigen und wie wir von den Formen hinter zur Messeranwendung kommen. So, jetzt machen wir einen kleinen Platz. Und zwar, ihr übt, wie ich ja schon anfangs sagte in Satz 10, der Biufaxi-Form. Da übt ihr diese Biufaxau-Bewegung. Und die sieht eben so aus, ich schiebe den einen Arm nach vorne, lege die andere Hand unter den Ellbogen. Und jetzt mache ich folgendes. Ich ziehe sozusagen die Hand zurück, drehe mich. Das bedeutet 1, 2, 3 und dann kommt noch eine Folgesequenz, die uns jetzt hier nicht interessieren soll. Also es sieht so aus, 1, 2, 3 und dann geht es runter und ich ziehe zurück. So, das kann man jetzt fushy-fushy machen oder man kann das mit Power machen, dass ich hier die Hand wirklich mit Kraft nach vorne bringe und dann die andere nach vorne bringe und die dritte nach vorne bringe. Und jetzt kurze Erklärung, wenn ich jetzt zur Seite gehe und raus stemme, kommt jetzt eine Schwenkbewegung und die wird mit Power ausgeführt. Also wenn ihr jetzt hier stehen würdet, würdet ihr hören, wie die Luft sozusagen, wie man hört, wie der Arm durch die Luft schneidet. Also ihr solltet nicht so machen und das so lasch üben, sondern ihr solltet richtig, richtig den Arm wie sozusagen eine Kette oder ein Seil durch den Raum schwenken. Das ist dann auch anstrengend. So, und diese drei Bewegungen sind Handtechniken, die ich jetzt mit Partner üben kann. Und zwar folgendermaßen, also wenn ihr jetzt also von diesen Formenbewegungen zu einer Partnerübung kommen wollt, es muss immer Partnerübung geben, kann der andere jetzt mal die Hände so rausstrecken. So, und jetzt macht ihr folgendes. Hier ist quasi mein Hals und ihr seht, sein rechter Arm kreuzt meine Körperachse und geht auf die Halsseite und schneidet da sozusagen hin. Jetzt will ich natürlich nicht, dass er mir gegen den Hals kloppt im Training, deswegen gehe ich ein Stück zurück. So, und ich baue jetzt Druck auf, auf das Handgelenk und ich spüre, hier existiert im Prinzip eine Federspannung. Also ich kann hier erstmal mich ein bisschen, kann ihn ein bisschen aufladen. Und wenn ich jetzt drücke, gibt er nach und schießt mit der linken Hand raus. Bums, Bums, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also das ist jetzt sozusagen, wenn ich in der Beauty bin und ich übe diese drei Handbewegungen. Jetzt nehme ich diese Sequenz und das kann ich mit zig Handbewegungen aus den Formen machen und fange an, die mit dem Partner zu üben. Und das ist eine erste Übung, die ihr machen könnt, um sozusagen zu etablieren, kommen wir kurz. Und zwar, ich will an den Hals schlagen und will sozusagen hier frontal an den Hals kommen, eine Deckung hoch, nur die linke. So, das bedeutet, ich will hier gegen den Hals gehen, aber ich gehe ja immer davon aus, da ist eine Deckung. Also der schützt sich. Und mein Wunsch ist, gegen den Hals zu schlagen, laufe aber gegen die Deckung des Gegners. Hand hoch, ich komme also nicht durch, sondern ich werde durch die Deckung sozusagen abgestoppt. Und das kennt ihr im Boxen, wo die Leute im Prinzip eine Maidbewegung machen und quasi mit einer Handfläche den Schlag des Gegners kurz wegdippen und sich aus der Schusslinie offline bewegen. Und das ist hier nichts anderes. Das bedeutet, ich will zum Hals, Deckung hoch und ich laufe hier gegen die Deckung und bekomme jetzt quasi einen seitlichen Druck. So, und das nutze ich eben in dieser Sequenz, um sozusagen hier eine Feder aufzubauen und im Prinzip diesen Druck zu nutzen, nachzugeben. Aber meine erste Waffe durch eine zweite zu ersetzen. Und ihr seht, wenn ich jetzt über Angriffsbesetzungslinien rede, hier ist sozusagen der Weg zum Ziel, zum Hals, ist frei. Und wenn der frei ist, schlage ich direkt durch. Und wenn der Weg besetzt ist, ich komme nicht durch und ich gebe nach, seht ihr hier, taucht eine neue Lücke auf. Das bedeutet, hier öffnet sich etwas, wo ich durchgehen kann. Und dadurch schieße ich dann und treffe den Hals. So, und diese Übung, die wir nachher im Chisau und im Latzau machen wollen, in den nächsten Videos dieser Serie, diese Sachen bauen wir jetzt auf mit dem Partner ganz von Anfang an. Und der macht also Beauty, diese Sequenz, hat keine Ahnung, was er damit machen kann. Und jetzt versehen wir seine Arme überhaupt erstmal mit Federspannung. Weil so zu machen, bringt gar nichts. Weil ihr halt einfach irgendwie ohne Power hier die Hände abstreift. Ihr müsst richtig eine Federspannung entwickeln. Warte mal ganz kurz. Und ein gutes Beispiel für diese Federspannung ist eben immer, dass man sagt, der Arm bewegt sich wie eine Feder. Und wenn ihr euch vorstellt, ich gehe hier zum Hals, dann wird mein Arm betrachtet wie eine Feder, die aufgeladen wird. So, wehren wir ab. So, und jetzt lade ich sozusagen hier durch seinen Druck meine Armfeder auf. Also wie wenn ich sozusagen Spannung in den Arm bringe und dann entlade. Und das wollen wir halt im Wing Chun entwickeln. Bedeutet, machen wir so. Ich baue erstmal Spannung auf. Spannung. Und dann gibt der nach und flippt raus. Bedeutet, ihr müsst kurz warten. Nicht sofort nachgeben. Also man muss nicht immer alles aufnehmen im Wing Chun. Und flippt einfach. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, das ist sozusagen die erste Übung, die ihr machen könnt, wenn ihr die Bufaxau-Bewegung aus Satz 10 der Biuchi eine Partnerübung überführen wollt, um Cheezer aufzubauen oder Cheezer-Übungen vorzubereiten. So, was sollt ihr denn jetzt aus dem ersten Teil dieser Serie mitnehmen? Von der Form zur Handtechnik? Also Formtraining im Wing Chun nutzen wir ja im Wesentlichen bzw. in erster Linie, um korrekte Hand- bzw. Armbewegung einzustudieren. Im Sinne von, wo ist Tan-Sau zu positionieren, wie sieht Bong-Sau aus, was ist eigentlich Jam-Sau, wie wird er ausgeführt und so weiter. Und wie sehen eigentlich die Bewegungen zwischen den einzelnen Hand- und Armpositionen aus, wie zum Beispiel Garn-Sau, was ist die Quarn-Sau-Bewegung und so weiter. Typisch für Wing Chun soll ja sein, dass es schnörkellos ist, also keine, sag ich mal, blumigen oder merkwürdigen Bewegungen, die keine Praxisrelevanz haben. Dementsprechend sagt man immer, Wing Chun ist praxisorientiert und das heißt Formbewegungen existieren nicht, um einfach nur schön auszusehen, aber keinen Sinn zu verfolgen, also ineffizient zu sein. Stattdessen heißt es, showartige Elemente wurden bewusst aus dem System eliminiert. Also mir fällt jetzt eigentlich auch überhaupt keine einzige Bewegung ein, die nicht irgendwie einen Sinn verfolgt. Bedeutet, jede einzelne Bewegung in den Formen hat irgendeinen Sinn, irgendeine Funktion und es ist echt gut, wenn man das kennt, dann weiß man eben auch, was man mit seinen Formen eigentlich bewirken kann und will. Wenn ihr jetzt Formenübungen macht, müsst ihr euch immer überlegen, da so schlaff irgendwelche Arme durch die Gegend zu bewegen und irgendwelche Positionen so unpräzise einzunehmen. Das macht relativ wenig bis gar keinen Sinn. Also Formen müssen präzise und mit der nötigen Dynamik einstudiert werden und ich kann euch nur dringend empfehlen, guckt euch mal zum Beispiel Karate an. Nicht, dass ich jetzt behaupten will, Karate und Wing Chun hätten irgendwelche großen Ähnlichkeiten, aber wenn ihr zum Beispiel Weltmeisterschaften im Karate anguckt und ihr guckt euch an, wie die einzelnen Katas gelaufen werden, zum Beispiel im Shotokan. Also da kann ich nur den Hut vorziehen. Das ist also eine Präzision, eine Dynamik, die sich wirklich sehen lassen kann und ich kann euch nur anregen, euer eigenes Formentraining wirklich so präzise wie möglich auszuführen und euch diszipliniert hinzustellen und jeder einzelnen Bewegung wirklich die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und schlussendlich die Form mit Power auszuführen. Da gibt es natürlich wieder einige Kritiker, die sagen, uuuh, die innere Energie und Atmung und soja, alter, what the fuck, klar, innere Energie und Atmung, aber vielleicht schnittst du jetzt erstmal eine saubere Bewegung hin, bevor du an innere Energie denkst und da nicht so eine Schlafform runter eierst. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kann man jetzt einzelne Formelemente in Partnerübungen einbetten. Das bedeutet, ich isoliere jetzt aus den Formen eben bestimmte Übungen und nutze die, um Partnerübungen zu kreieren und die gestalte ich eben so, dass ich sozusagen mich selbst erstmal nicht überfordere bzw. den Partner oder wenn ich Trainer bin, den Schüler. Ich mache die erstmal relativ einfach und dann wird es immer komplizierter. Und hier habe ich eben aus der Beauty, aus Satz 10, Bufaxau rausgewählt bzw. isoliert und dann in eine Partnerübung als einfache Handtechnik eingebaut und kann somit eben diese Bewegung einstudieren. Und um Bufaxau jetzt zu verstehen, also was soll das überhaupt sein, kann man sich eben hervorragend an Messerbewegung orientieren. Und die relevanten Messerbewegungen, um Bufaxau zu verstehen, sind einmal der Stich. Der Stich ist eben Bufaxau oder Bufaxau, den habt ihr unter anderem in Satz 4, der Sion im Tau. Dann habe ich die hackende Bewegung Bufaxau, die ich ebenfalls in Satz 4, der Sion im Tau vorliegen habe und überhaupt auch noch in anderen Formen. Und ich habe eben diese Schnittbewegung Bufaxau, die überwiegend in der Beauty an diversen Stellen vorkommt. Und damit kann ich eben sehr schön verstehen, wie der Unterschied zwischen Bufaxau, Buzesau und Faxau ist. Also hacken, stechen und schneiden. So, wenn ich jetzt eine Partnerübung mache mit Bufaxau, muss ich auf Federspannung achten. Ihr müsst euch eben immer klar machen, man sagt ja im Wing Chun immer nachgeben. Ja, also nimm auf, was kommt und begleite und bla bla bla. Also das ist alles gut und man sagt ja auch immer, nutze die Kraft des Gegners und richte sie gegen ihn selbst. Und du musst nachgeben und aufnehmen und so weiter. Also ja, ja, alles zur rechten Zeit, aber als erstes muss man mal Power machen. Und dementsprechend ist sofortiges Nachgeben nicht erwünscht. Ihr müsst euch eben vorstellen, was wollt ihr denn überhaupt? Ja, Wing Chun ist ja nicht ein reines Defensivsystem, sondern kann ich also zur Offensive auch verwenden. Also ich habe da so meine ganz eigene Meinung. Und bedeutet, ich will ja jetzt überhaupt mal zum Ziel angreifen und dem Gegner eine betonieren. Also mal Notfallaspekt außen vor gelassen. Ich attackiere jetzt zum Beispiel mal in Richtung Hals und das bedeutet, ich feuere da eine echte Attacke ab in Richtung Hals. So, wenn der Gegner sich jetzt nicht wehrt, schlage ich gegen den Hals. Wenn da aber eine Deckung steht, laufe ich auf der Deckung auf und es baut sich ein Angriffsdruck auf. Na, ganz klar zwischen meiner attackierenden Hand und der Hand des Gegners. Und diesem Druck, dem gebe ich zur rechten Zeit dann federartig nach und ersetze sozusagen meine erste Attacke durch meine zweite. Also das heißt, die erste Hand wird durch die zweite ersetzt. Ja, und damit versuche ich ihm dann ebenfalls wieder eine überzubraten. So, und das folgt eben dem Motto, zwei Objekte können nicht den gleichen Raum besetzen, aber das heißt eben im Wesentlichen, sofortiges Nachgeben und so schlappes Arbeiten ist einfach nicht erwünscht, weil Leute, ganz ehrlich, das funktioniert halt nicht. Wenn man immer nur weich ist und immer nur nachgibt, also dann wird der ganze Aspekt von Yin und Yang hart und weich und so weiter, was ja nun wirklich Wing Chun ausmacht, Taoismus und so weiter, wird komplett missachtet und dann bin ich halt irgendwie nur noch, bewege ich mich wie Brei und da könnt ihr mal sicher sein, wer dann das Opfer ist. Also garantiert nicht euer Gegner. Also mit anderen Worten, ihr müsst nicht immer sofort nachgeben, sondern mal ein bisschen Power aufbauen und dafür braucht man auch entsprechende Fitness und entsprechende Kraft. Wenn ihr jetzt die Übung ausführt, führt ihr sie einfach aus mit dem Partner. Also das bedeutet, ich gebe sozusagen Druck, der andere baut kurzfristig Gegendruck auf und gibt dann federartig nach und schmettert mit der anderen Hand nach vorne. Das heißt, ich führe lediglich eine Biofaxorbewegung aus, diese aber schnell und mit Power. So, das ist also jetzt erstmal der Inhalt des ersten Videos quasi als Einleitung. Wie komme ich von der Form zur Handtechnik? Ganz simpel, ein bisschen überlegen, was das mit Messern zu tun hat und wo ich eigentlich hinschlagen will und so weiter und so fort. Und jetzt in den nächsten Videos zeige ich euch, wie man das noch ein bisschen als Handtechnik aufbauen kann, wie man das dann im Schießau eintrainiert, das ins Latzau überführt und hinterher zu einer Anwendung kommt mit ein bisschen mehr Praxisrelevanz und das dann schließlich mit einem Messer bzw. eigentlich mit beliebigen anderen Gegenständen ausführen kann. Freut euch drauf, das ist bestimmt interessant, könnt ihr einiges lernen und eine Horizonterweiterung erleben für euer Wing Chun. Denn Leute, Wing Chun ist nicht immer nur Packsau, Faustoß und Kettenfaustöße oder irgendwelches komisches Rumgebimmel in euren Schülergraden, sondern es sind eigentlich die fortgeschrittenen Inhalte aus den hohen Chisau, ich sag mal Sektionen, nicht jeder trainiert ja Sektionen, aber aus dem Chisau und zwar mit Bezug auf Beauty, Holzpuppe, Tribodalform und überhaupt Doppelmesser. Und da müsst ihr halt schnellstmöglich hin. So, wenn ihr Lust habt und ihr wollt das mal selber erleben, kommt in unser Training www.wingchung-elstern.de, gebt das mal ein, da kommt ihr auf eine fette Webseite, die ist jetzt momentan quasi ein Container für interessante Artikel, an denen ich permanent arbeite. Ihr braucht da ein bisschen Geduld, das haben einige Leute ja schon festgestellt. Da werden alle Artikel, die ich dort schreibe, durch Videos und umfangreiche Texte ergänzt und da behandle ich so ungefähr alles, was mir so eingefallen ist und das schon wirklich viel Formen, Handtechniken, Chisau, Latzau, Fallschule, tralala. Und ihr müsst euch einloggen, ihr braucht ein Mitgliedskonto, das könnt ihr ganz einfach anlegen, kostet nichts, bedeutet auch nichts, seid zunächst verpflichtet. Aber wer auf meiner Webseite rumliest, muss sich später einloggen und wer später die Videos sehen will, muss dann auch ein bisschen Kohle zahlen. Ja, so ist es halt, auch der Elsner ist nicht Jesus, denn auch ich, tja, wie soll ich sagen, brauche ein bisschen was zu futtern. Aber ich kann euch schwören, das wird sich lohnen, ihr seht ja jetzt, welche Detailtiefe meine Videos haben. Könnt ihr mal im Internet suchen, bis ihr was Vergleichbares findet, viel Spaß. Tja, willkommen in der Realität. Wer Bock hat auf unser Training, kommt dienstags und freitags von halb sieben bis halb zehn in unser Training Stuttgart-Esslingen. Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt, ansonsten, ich hoffe, ihr freut auf das nächste Video. Mir hat Spaß gemacht. Bis denn, Leute. Ciao.